Loa-Ding Und wieder ein cooles Artwork Sind wir eine Frau, wenn ich das richtig sehe? Ach, vielleicht sind wir die eine, die die besuchen gegangen ist Ah, okay, jetzt sind wir wohl durch den Wald gegangen oder... Weiß ich nicht Sieh mal einer an Oakside Park has three canoes available for rental Das erinnert mich an was Hier waren wir also in der Demo Oakside Park Canoeing Roots Äh, okay So will ich jetzt nicht alles vorlesen Welcome to Oakside Park Oakside Park offers many recreational adventures Oakside Park recreational center is open from 9 a.m. to 7 a.m. Äh, p.m. Blablabla Da könnt ihr später mal anrufen Okay Ah, okay, gut, so können wir das angucken So, gehen wir mal Zurück ins Spielegeschehen So, ich hab keine Ahnung, wieso wir jetzt in den Wald geflüchtet sind, aber Ich, äh, kann ja eh nicht mehr zurück Ach, du Scheiße, Alter Naja gut Scheint mir ja noch spannend zu werden Das Spiel Ich frag nicht, ich frag nicht echt, wie lange das Spiel geht Aber besser ist es ja schon mal ganz nice So, finden wir hier irgendwie auf einer Landstraße oder sowas Da hinten ist was Ach, bitte keine Seite Nein Ach, du Scheiße One of eight pages collected What, what, what Nein, ich will keine Achtzeiten sammeln Ich hab Angst Ach, nö Ich weiß doch noch die Demo Okay, Leute Wir bringen das jetzt Ganz schnell hinter uns Nein, hier war sie doch letztes Mal Wow Der war hier irgendwo Lass mich hier rum, du Penner Wow Ach, fuck Ist die Scheißseite, Alter Die hier sollten wir eigentlich ganz schnell finden, die Seite Weil hier will ich nicht mehr zurück Ach, Mann Du kriegst mich nicht Du kriegst mich nicht So, ich hoffe, der kriegt uns hier wirklich nicht Hä, wo ist die Seite, Alter Hier sieht sowieso mal anders aus Ich hab Angst So, wir verziehen uns jetzt erstmal wieder nach draußen Alter Wir kriegen ja noch Klaustrophobie drin Ach, hier, ein Zelt Okay Huh, huh, huh Na, super Alter, was ist das? Ach, es lag auf Feuer Wow Fuck, Mann Ist der hier Wo sind die Seiten, Alter? Ich find die nicht Scheiße, okay Okay, okay Wir rennen weg Ach, okay Scheiße, scheiße, scheiße Da Ich hoffe, der kann uns hier noch gar nicht kriegen Weil, das wäre dich jetzt echt uncool Im zweiten Level gleich zu sterben Ich hab keine Ahnung, wo ich gerade langlaufe Wow Wow Alter, was ist das hier? Es sah in der Demo aber anders aus Okay, okay, okay Seite, Seite Finde die Seite, Alter Seite, Seite, Seite Los, los, los Ja, 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 ja Leck mich Seite, Seite Wo ist die Seite, Alter Wo ist die Seite, Alter Oh, entschuldige mich, wenn ich rede Da vorne ist, oder? Komm schon Nein, da ist er Boah, fuck, Mann Lass mich in Ruhe, Junge Ach, du reine Scheiße Ja, Entschuldigung, dass ich hier gerade so wenig rede Ich bin Hier total konzentriert, diese scheiß Seiten zu finden Da, 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 da Da ist irgendwas Seite, Seite, hallo, Seite Falsche Seite Hahaha Ach, 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 ich hab Angst Follows So, was ich jetzt hier, ja Ich find das langsam nicht mehr lustig Hahaha Okay Ah, ah, wow Hahaha Scheiße Ich bin nur ein bisschen erschrocken Ja, 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 ja Ach, scheiße Alter Alter, ich hoffe, der kriegt uns hier wirklich nicht Ist übrigens ganz nett, weil Oben rechts sieht er ja dieses Recorder Das ist ja, weil der Typ ja die ganze Zeit Eine Kamera in der Hand hält Und da sehe ich dann sozusagen Wie lange ich schon aufnehme Ist ganz praktisch Ja, es wird nun mal heutzutage auch an die Let's Player gedacht Ich, äh, laufe hier einfach mal so durch den Wald Na also Fünf und acht, fünf und acht Ich hab fünf und acht Ich hab Angst, ich hab Angst Alter, hoffentlich kann er uns wirklich jetzt noch nicht kriegen Ich glaub, ich werde nämlich bald sterben Ja, ja, ja Sag mal ruhig Okay, von dem schönen Teil haben wir schon die Seite Hallo, Seite Das ist schwer, das Zelt Da war aber keine Seite Boah Okay, Lagerfeuer Zelt, Zelt Da ist keine Seite Warum nicht? Alter Wow Seite, 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 Seite Seite, Seite, Seite Ja Ich frag mich immer noch, was das da vorne da ist Ich glaub, das hat schon wieder noch was mit der Story zu tun Oh, Alter Ich will da jetzt nicht rein, Mann Scheiße Da waren ja schon tausendmal drin Und hier ist keine verflixte Seite Entschuldigung Ich werd hier noch emotional So schnell raus hier Ja, 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 ja Wir gehen mal den Weg hier entlang Tief mir halt, dass ich grad so wenig rede, ich weiß Ich bin hier ja gerade voll konzentriert darauf, diese Seiten zu finden Da muss auch noch irgendwo eine Seite sein, das gibt's noch nicht Seite Ja, 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 Seite, Seite Ich wüsste nämlich nicht, wo, woanders noch eine Seite sein sollte Der Typ mit seinen Sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-Seiten Ja, da kann ich auch nicht weiter Nehm ich überhaupt noch auf? Ja Okay Nein, 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 du kriegst mich nicht Du kriegst mich nicht Ich spiele übrigens auf dem Schwierigkeitsgrad normal Gibt übrigens auch keinen leichteren Sag mir bloß nicht, hier muss ich hin, wenn ich alle Seiten gefunden hab Alter, spring über die Steine, du Geh weg Ich Geh an dir vorbei Also, sorry, Leute, ich weiß jetzt echt nicht, wo die anderen Seiten sind Ich die jetzt nicht finde, dann mach ich kurz ne Pause und schalte wieder an, wenn ich sie gefunden hab Ah, du Arsch, kriegst dich nicht Toilette, nein Scheiße Seite Seite, Seite, Seite Seite Alter Nein, es wird nicht schlimm Nein Nein Nein, 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 nein Du kriegst mich nicht Oh, nein Ach, fuck Ach, scheiße Okay, Leute, gut, die Seitennahme ist, Alter Nicht gekriegt Ich mach jetzt, glaub ich, mal eine kurze Aufnahmepause Und es durchzurendern Ja, sorry, Leute, die Aufnahme war ein bisschen Ja, verquatzt wieder Am Anfang ein bisschen fail Ich, äh Ich glaub, ich mach einfach mal einen kurzen Test Und guck, ob ich die Seiten einfach so finde Und ja, ich hoffe, ich seh euch nächstes Mal wieder Ich, äh, streng mich nächstes Mal ein bisschen mehr an Puh, Alter, das war mal wieder Ich hoffe, wir müssen später im Verlauf der Story noch dahin Das wird mich echt interessieren Na gut, Leute, vielen Dank Und, äh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge Von Slender The Arrival Und ja, dann noch ein herzliches Tschüssi Scheiße, hab ich Angst da